Dann mach ich's halt! Hallo, zurück zu Dead Space 3. Neues, neue Aufnahme, neues Glück. Wir versuchen es jetzt nochmal hier hochzukommen. Neues Pech meinst du wohl eher? Nein, ich meinte es was, was ich meinte. Ich hab mein PC neu aufgesetzt und deswegen hab ich komplett die alten Waffen wieder. Stimmt, das ist noch dazu zu erwähnen. Jetzt fass auf auf das Leuchttal. Oh, nein, nein, wie spring ich? Du kannst nur nach links oder rechts. Ja, genau, der Alex hat nämlich alle seine Waffen, Ausrüstung, alles überhaupt verloren. Das ist ein bisschen blöd, deshalb haben wir jetzt auch den Schwierigkeit-Graz wieder auf normal gesetzt. Aber ich glaub, damit dürftet ihr kein Problem haben. Was, wie geht's, Stasen, nochmal? Los, ich weiß es nicht. Seh, glaub ich. Oh, fuck! Ich schaff's nicht. Ich nicht. Und deshalb warte ich hier. Okay, vielleicht schaffe ich's doch. Wir nehmen uns grad beide, um das vielleicht zu erwähnen. Und dass derjenige, äh, die Perspektive, die euch vermutlich mehr nervt, dann im Endeffekt auch hochgeladen wird. Wir könnten beide nehmen. Das auch. Okay, warte. Jetzt. Mach. Und durch. Nein, warte. Nein. Ich bin tot. Superstart ins neue Jahr. Wieso denn? Was hat dich erwischt? Das weißt du. Oh, krass. Aber mein, äh, meine Rig hat ja jetzt wieder Level 0. Ja, das ist scheiße. Äh, ich glaub mein... Moment, zeig mal kurz deine Rig. Ja. Oh, fuck. Und das ist nicht mehr ganz voll. Du hast nicht mal alle Medipacks. Ja, was hast du für eine Frage? Äh, ist es normal, dass der Spielcharakter die komplette linke Seite ausfüllt? Wie jetzt? Ja. Nicht komplett, aber... Wir gehen einfach los. Wenn du nach vorne guckst, ja... Du gehst jetzt nicht in die Einstellung. Du gehst jetzt nicht in die Einstellung. Oh, aufgepasst... So, warten. Durchziehen. Nein, warten. Durchziehen. Nein, durchziehen. Wir springen gleich nach rechts, würde ich vorschlagen. Wir springen irgendwo hin. Weil der gleich links hin... Ich würde sagen, wir warten, bis der nochmal in der Mitte gewesen ist. Ja, gute Idee. Das dürfte jetzt sein, jawohl. Und schon mal anhalten, wenn es nötig ist. Jetzt das nächste. Ah! Der war behindert, der Zeitpunkt. Nö, ich fand den gut. Äh. Knappes Ding. Jetzt wo? In der Mitte, schätze ich. Oh, nein. Rechts. Links, meine ich. Okay, wir gehen gleich links hin und halten dann das Viech an. Ja, jetzt. Und jetzt. Nein, zu früh. Nein, ist perfekt. Und go, go. Und jetzt rechts hin. Hey, das lief gut. Warte, erst bevor wir hier durchgehen, ganz genau abwarten. Wieso geht... Ich hab nichts gemacht und er ist nach rechts gegangen. Ja, weil dein Seil oben rechts hängt. Das Problem hat hier auch schon mal... Oh nein, das geht wieder los. So, wir haben's fast. Als ob es gar kein Problem gewesen wäre. Es war überhaupt kein Problem. Wir waren... Wir waren... Was passiert jetzt? Nichts, hoffe ich. Hallo. Ähm, wo müssen wir hin? Eine große Fläche. Eine Wirbelsäule. Äh, ich hab so eine geringe Reichweite. Das ist... Das Problem. Echt. Ja, äh, wo... Wo müssen wir hier lang? B? Äh, zurück. Oh. In die Mitte. Hier. Gut. Ja. Was? 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 Hör nicht auf ihn! Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein! Isaac, du weißt das auf dem Weg. Wir sind in der Sauna auf dem Weg gar nichts, irgendwie. Geben Sie mir den Codex! Oder ich töte Sie! Was werden wir machen? Isaac, was tun Sie da? Sie haben meine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle... Ich muss die Stimmen gleich lauter machen. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Du weißt! Und er wird sie trotzdem töten, oder? Nein. Aber ich weiß nicht, was er machen wird. Oh, oh. Er schmilzt den Mond. Die Höhle geht... Oh! Mit meinen Waffen doch nicht, ist der blöd? Hahaha. Jetzt mach sie schnell aus. Mach sie aus, komm. Schießen die den nicht einfach fixen. Ich verstehe es nicht. In jedem Spiel. In jedem Film, wollte ich gerade sagen. Au. Ja, nein. Schnell, dreht sie aus. Nein, ich kann nicht. Ich muss bei dir bleiben. Wieso nicht ohne ihn? Verpiss dich. Ich hasse dich. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Warum kann das der Cover nicht alleine machen? Und wieso kriegt sie ein Shuttle auf einem Zettel? Nee, kein Shuttle, das war ein Bild von ihm. Oh. Bitte. Äh, warum schaffen die das nicht alles? Ich verstehe es nicht. Die können doch einfach Schlüssel umdrehen und sagen Tschüss. What? Bei mir ist alles total verschwommen. Scheiße. Das ganze Ding fällt hinter uns zusammen. Ach, du lustiger. Kurzer Jumpcut. Und weiter geht's. Wir haben gerade die Stimmen lauter gemacht. Hoffentlich. Ich werde sowieso vergessen, das zu schneiden. Renn. Was? Ja, ich werde hier... Ich wurde gerade betroffen. Oh Mann. Da ist die Maschine. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Wunsch herrscht. Oh, hier können wir weiter. Ach, du Heiliger. Das heißt, wir laufen jetzt auf einem fallenden Stück Felsen einer anderen fallenden Maschine hinterher. Ich bin echt gespannt, ob wir überleben. Mal wieder ziemlich episch inszeniert. Aber es sieht nicht alles gleich aus. Das stimmt. Oh, warte. Oh, wir müssen hier runter. Vielen Heilig-Monster. Aber es gibt rotglühende Marker. Mehr braucht's nicht. Oh ja. Das ist voll unheimlich, du. Leute, ihr entnervt das Spiel. Woh lang? Ich verliere hier... Oh. Hier durch, oder? Ja, du bist richtig. Doch. Lass uns die Kiste... Mach die Kiste Schrott kommen. Ich habe nicht genügend Money. Das ist Money drin. Wo? Wir schnappen uns alles, was irgendwie unterwegs ist. Somatisches Gel. Ein fliegendes Medipack. Oh. What the was das? Oh nein. Wieso nehme ich dafür diese... Oh nein. Was? Oh shit. We've got a slight problem. Ah. Weiche. Äh, ich bewirke hier nichts mit meiner Waffe, Tim. Eintrieren. Nein. What the what? Wo kommt das jetzt? Warum ist das denn die Waffe? Weil ich nachladen musste und dann habe ich es nicht mehr... Aha. Das wird schön. Ich kann hier gar nichts anrichten, wirklich gar nichts. Du musst dies alle alleine bekämpfen. Dann machen wir auch lässig. Weil das wäre ja sinnlos. Auch für die, die bei dir zuschauen. Dann werden wir einfach deine Sicht nehmen. Nein, das ist... Es bringt dir nichts. Vorsicht, Alex, hinter dir. Vorsicht, meinst du hinter dir. Du bist gleich tot. Danke. Oh, nochmal hinter... Okay, jetzt die Leuchtviecher. Lass mal die Sachen eins anziehen. Ich finde es cool, dass die hier alle rumfliegen. Ich habe ein ganz Magazin verschrottet und den ich leer bekomme. Mach du es einfach. Oh, aufgepasst von links. Oh, oh. Stase oder Ausweichen oder irgendwas. Es ist... Ah! Ihr könnt die Viecher paralysieren, wenn ihr sie mit dem... Mit der Schockwelle... Shit, ich bin dagegen gerannt. Hast du ihn gerade getötet? Nee, ich bin gerade selber gestorben. Äh, Alex, du kannst mit Stase die komischen abgekackten Viecher da... Nein, die Explosiven mit der Schockwelle, aber du hast keine Schockwelle. Also, es macht das Spiel auf jeden Fall um einiges schwerer. Ja, das glaube ich dir gerne. Du bist gleich wieder tot. Oh, ja, stimmt. Oh, oh, noch eins. Ich glaube, wir stellen es auflässig. Ich glaube, wir sollten deine Sicht machen. Mach mal Pause. Pencil? Ja. Machst du kurz? Sonst hat das für Alex keinen Zweck. Töte es! Oh. Das ist lustig. Aufgepasst. Nein, kümmer dich doch, der macht doch nix. Da kommt das Vieh, doch. Na toll. Schieß drauf, schieß drauf. Komm. Die kleinen Feuer-Explosiv-Dinger... What the? Oh, come, was denn hier? Ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Das heißt, wir rennen jetzt einfach durch. Nicht. Na gut. Ohne was zu töten? Weil irgendwas müssen wir töten, sonst kommt alles. Ja. Ey. Ich renne, wie du es mir befohlen hast. Du kannst ein bisschen helfen. Auflässig geht es jetzt echt. Krass, sind echt noch fünf Schüsse. Wir sollten Alex noch 20 Meatbags geben. Ja. Okay, die Dinger bist du aber gut bekannt. In der Tat. Jetzt kommt das Vieh, ne? Ja. Können wir durchrennen? Ja, wir können durchrennen. Können wir wirklich durchrennen? Was ist das? Ich renne. Ah, nein, nein, nein. Die eine fährt noch. Aber der ist noch nicht tot. Oh shit, auf dem Boden hinter dir. Hab ihn. Da ist noch ein Medi-Pack. Wo? Hier. Zwei oder drei sogar. Okay, ich denke, wir haben es. Schnell weiter. Was? Was ist das hier? Weiter, bevor wir sterben. Da ist es. Artefakt. Ist hinter mir entfiehig? Nein, doch. Los Alex. Komm hinter dir, pass auf. Ich komme doch. Ich kann nur nicht so schnell rennen. Sobald wir hier eine Verschnaufpause haben. Das wird jetzt, glaube ich, behindert. Äh, wie geht's? Ey! Was? Was machen wir jetzt? Immer auf die Scheiße schießen. Vorsicht auf die Felsen. Was? Oh! Ich sag's noch. Ich hab mich gerade auf die Waffen konzentriert. Oh, warte. Okay, noch eins. So. Bei wie vielen Frames bist du eigentlich gerade? 29. 30. Scheint drauf festgesetzt zu sein. Ich bin auf 27, 28. Oh, oh, oh. Okay, und jetzt drauf. Aber irgendwie scheint er nicht zu zielen. What? Von oben kam was. Von hinter uns? Einfach dran vorbei und drauf und... Ah, 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 ah. Nee, man kann nicht wirklich zielen. Nö. Nur so ganz grob vielleicht. Das leucht... Das leucht... Das leucht... Achso, das... Ohohoho! Krass, den hab ich nicht gesehen. Und wechsel... Und wechsel... Und doch, oh... Irgendwie sollte man Kill-Counter mit einbauen ins Spiel. Boah, ne. Das war so viel Arbeit bei Limbo und Mirror's Edge, das mach ich nicht nochmal. Du bist grad extrem leise. Ich weiß nicht wieso. Oh! Ich war auf einmal... Du bist sehr leise. Dann hat sich bei dir irgendwas verstellt. Kann ich auch nix machen. Bei euch hat sich das Mikro vielleicht verstellt. Nope. Dann müssen wir gleich wieder ne Pause machen. Oh! Es will einfach nicht aufgenommen werden, dieses Spiel. Ah! Das schneide ich wieder zu ner Montage, sozusagen. Du... Tut mir leid, ich kann nicht... Du bist grad... Du bist grad so leise. Du murbelst. Hahaha. Das hätte irgendwas. Ja, aber das ist so ne Standardmusik. Okay, Alex. Konzentrier dich. Konzentrier dich vor allem. Meine Güte, dann mach halt auf Pause und schau nach. Nein. Beware the... Vor allem einmal an die Wand. Good job. Wir haben's... Wir haben's fast, Tim. Nicht verkacken. Keine Sorge, da kommt jetzt gleich ein fieses Wellblech-Teil. Schießt man schon mal drauf? Ich geh schon mal nach unten, weil es wird oben kommen. Da! Oh! Das! Hahaha. Ich dachte, wir müssen da landen. Und ich rede die ganze Zeit davon. Gerade hör ich euch gar nicht. Jetzt ernsthaft? So minimal es auch nur geht. Ich versteh's nicht, Alex. Ja, jetzt tut... Wieder... Also jetzt hab ich nur ganz, ganz, ganz leises Murmeln gehört. Boah, was war das? Geh einfach irgendwo unten rechts in die Ecke. Die ist sicher. Meinst du? Ziemlich. Das heißt, du versuchst krampfhaft irgendwo gegen zu fliegen. Ich glaub, wir haben's geschafft. Eine saubere Landung. Naja, nicht wirklich. Es fliegt immer noch alles durch die Gegend, oder? Das heißt, wir sollten uns beeilen. Es wird getroffen. Von wo? Wahrscheinlich von der Lenkrakete. Von hinten auf jeden Fall. Ich organisiere mal hier grad sämtliche... Oh! Wegrennen! War so eine Idee. Oh, noch einer! Renn! Unter dir direkt. Oh, fick dich. Andere Waffe. Weg mit... Und jetzt muss ich nachladen. Nein! Komm, lass deinen Verrennen. What? Äh, ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Data. Da ist wieder das... Oh! Wie mich dieses Vieh abaufregt. Shit, hilf, ich hab keine Muni mehr. Überhaupt keine. Das ist blöd. Dann geh ich dir... Oh, Mann! Ich hab wieder Muni. Ich nicht. Und ich verfehle sämtliche Stase. So? Kannst du dich mal kurz um den kümmern? Ich muss nachladen. Nein, kann ich nicht. Wie viele denn noch? Was? Ich mach gar keine Schade. Wir haben zu lange gebraucht. Nee, wir machen... Wir haben zu lange gebraucht, Alex. Ja, trotzdem. Ich mach null Schaden. Jetzt durchsprinten. Da können wir nicht durchsprinten. Doch. Also, so gut es geht halt. Aber ich mach da gar keinen Schaden. Ah, jetzt hat er die falsche... Selbst auf lässig mach ich keinen Schaden. Oh, ja. Shit. Gut. Erste Waffe, keine Muni mehr. Überhaupt keine. Überhaupt keine. Fuck. Und... Zweite... What the... Was? Okay, das war gut. Ja, ich weiß. Ich hab die Dinge kaputt geschossen. Nice. Danke. Ich bin... Ausgerutscht irgendwie und hingefallen. Weil du da nicht hättest lang gehen sollen. Immer die Kisten mitnehmen. Könnte wichtig sein. Okay, du wirst wieder leise, aber auch immer. Nicht mein... Ich sag mal Tschüss. Ja, ich denke, ich komm mit. Los. Lockier mich nicht. Oh ja. Ich kann hier wirklich sitzen. Auf lässig schaff ich's nicht, irgendwas auszureißen. Wieso ist er festgesäuert? Ah! Beweg dich schneller. Ich sag schön. Danke. Ich bin an der Bank. Und ich bin festgesäuert. Ähm, kommst du mal? Ich beeil mich. Wo bist du? Oh, hier. Ich guck mal, ob ich was an der Bank regeln kann, weil ich mach echt keinen Schaden. Ich hab irgendwie ein bisschen Angst, dass wir immer noch eingeholt werden von was auch immer, was uns da tötet. Oh, Alex! Und hier ist eine Anzugstation. Da kannst du dich vielleicht upgraden. Dürfte dir helfen. Dürfte dir helfen.